In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie einfach unser Regenüberzug in der Handhabung und sicher für Ihr Instrument ist. Der Regenüberzug ist klein und leicht, wenn er zusammengelegt ist. Fängt es das Regnen an, ist er einfach und schnell ausgebreitet. Ein Etui lässt sich darin einfach und schnell unterbringen. Der Klettverschluss sorgt für zusätzlichen Halt und der Zippverschluss zieht den Überzug eng ans Etui ran. Bei Regen schützt ein normales Etui nur bedingt Ihr Instrument, da meist die Reißverschlüsse die Schwachstelle sind. Der Regenüberzug umschließt das Etui und die Reißverschlüsse und bietet dadurch zusätzlichen Schutz. Wasser- oder Regentropfenperlen sauber von der Oberfläche des Regenüberzugs ab. Das kommt daher, weil das Material ganz fein und engmaschig hergestellt, sowie mit einer zusätzlichen Imprägnierung versehen wird. Genauso schnell wie der Regenüberzug ausgepackt werden kann, kann er natürlich auch wieder eingepackt werden und kann klein zusammengelegt in der integrierten Tasche verstaut werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.